Goldstar TV empfiehlt Ihnen eine ganz besondere Erlebnisreise. Musi auf See, die einmalige Jubiläumskreuzfahrt von ACR-Reisen. Vom 15. bis 24. März 2012. Mit Matthias Rhein, Andreas Gabalier, dem Nockern-Quintett, Simone, den jungen Zillertalern und viel mehr quer durch das Mittelmeer. Neun unvergessliche Tage auf der MSC Magnifica. Von Venedig über Bari, Rodos und Lindos bis Haifa und über Athen zurück nach Venedig. Die Sonne, das Meer, ein wunderschönes Schiff, große Stars zum Greifen nah und Sie mittendrin. Diese Luxusreise können Sie sofort und schon ab 899 Euro buchen.